Wenn ich allerdings noch Zeit bekomme, um dann mich mit dem Moonload anzulegen, dann ist es okay. Da ich was doch... Solar Eruption hab ich schon. Ja. Wenn ich jetzt dich habe, kleinen Kann ich doch auf das umsteigen. Das gibt mir mehr Grund-Defense als das. Und gibt mir diesen Immun-Bonus. Weil du funktionierst ja wie der Guardian. Hm. Der sich so oft sterbe hier, so nach so ein paar Schlägen hängt nämlich auch damit zusammen. Oh. Da fliegt ein Flugzeug aber tief. Ist ja sehr laut. Ah. Der ganze Boden hat gerade vibriert von dem Flugzeug. Das habe ich eine viel bessere Defensive. Ich will den Speer jetzt ausprobieren. Ich probiere den jetzt mal in der Nebula. äh, Pilla, probiere ich den jetzt mal aus. Schöner Musik mix. Hallo, Slimey. Sorry, wenn's ein bisschen dunkel ist. Oh, Leute. Die Ballistik ist ja noch schlimmer. Oh, und in der Brand steckt der dich auch noch. Interesting. Okay, das macht die Peitsche ja auch. Ich bin leider ein bisschen eingefroren, deswegen bin ich gerade so langsam. Aber die Peitsche, die verwende ich bei Invasionen sehr, sehr gerne. Ach, komm schon, Kälte. Geh vorbei. Äh. So. Oh. Die hält mir ein bisschen zu lang. Hui. Ja, da haben wir schon mal die Musik. Aber das reicht noch nicht. Da geht's los. Uh, da seh ich ja nichts. Okay. Die haben irgendeinen fiesen Effekt. Der Speer bleibt dann einfach da so stecken. Das ist ja irgendwie witzig. Okay. Autsch. Der Speer ist ein bisschen schwer zu steuern, muss ich sagen. Wo der hinschießt. Aber ich find das witzig, dass der bei den Feinden da so im Gesicht stecken bleibt irgendwie. Irgendwie witzig. Irgendwie witzig. Ich find den irgendwie witzig. Aber die Stelle zum Kämpfen da hinten ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Zu eingeengt. Da bin ich grad gestorben. Ich hab halt da wegen dem Dungeon hab ich da nicht mehr weitergemacht, bevor ich mich mit denen angelegt hab. Eine Alternative wäre über dich wegfliegen, ausreichender Höhe und dann einfach von der anderen Seite zu kommen. Nein, Fuchur. Lass es. Da kann ich ihn dem Ding nicht angreifen. Nerv nicht. Kleinen Helferdrache wieder anmachen. Es ist leider ein bisschen blöd, dass man, wenn man in dem Ding sitzt, dicht angreifen kann. Aber ja. 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 Hier oben hab ich auch noch eine ganze Menge aufzuräumen. Hier die ganzen Wolken. Okay. Wir sind in der Nähe. Da bist du. Oh. Das zählt hier oben. Äh. Danke, dass du mich beschützt, Drache. Diese Drahenbeschwörung ist cool. Jetzt seh ich wieder nix. Au. Okay. Aber hier gibt's auch sehr schnell sehr viel kleinen Zeug. Und die Projektile gehen durch Wände durch. Die prallen nicht ab, sondern die gehen direkt durch. Das ist ein bisschen fies. Aber wenn ihr mit so einem Scheiß kommt, der durch Wände geht, wisst ihr was? Dann kommen wir ja auch mit einer Waffe, die durch Wände geht. Falsche Kiste. Dann kommen wir ja auch mit der Peitsche. Wenn ihr so gemein seid, dann mach ich das auch. Wenn ich halt auf die Rüstung mit dem Guardian wieder wechsle, dann hab ich zwei Minions, die halt für mich kämpfen, aber niedrigere Verteidigung. Das ist halt auch irgendwie gerade doch wieder etwas doof. Nicht den Pinguin töten. Moment, Moment. Hab ich da gerade ein Grashofer gesehen? Nee. Hab ich mich verguckt oder ist er gerade gestorben? Kann sein, dass er gerade gekillt wurde. Ah. Ich brauch eigentlich noch Sachen zum Angeln. Okay, gleich geht's hier wieder los. Okay. Aber wenn ihr so scheiß macht, kann ich das auch. Na? Ich seh nichts. Hallo? Eins? Oh, die haben ne Menge Projektile, die durch die Wand gehen. Was seid ihr für Arschlöche? Echt jetzt? Ah. Okay. Aber ich krieg euch noch Platz, auch wenn's mich ne Menge Tränke jetzt kostet. Was kann ich denn noch machen? Buffs. Hab ich noch irgendwas von meinem Buff-Zeug? Ich... Äh, Movementspeed. Unter Wasser atmen. Nee. Ja, Iron Skin hab ich noch. Schnellere Regeneration. Äh, den hält man mal noch auf. Immunität gegen Lava brauchen wir nicht. Hab ich nur noch Iron Skin? Und ein Reg... Hatte ich nicht einen Angriffs... Nee, ich hatte keinen Angriffsbausch das letzte Mal, ne? Ja, so für Fernkampf... Oder für Magic Power. Sehst du als Mel... Nee, du bist eine Millie Weapon, keine Magic. So ein, äh... Dornen Aura Potion hab ich nicht mehr, ne? Nee. So einen hatte ich noch, das weiß ich. Aber die habe schnisch mehr. Alle leer. Extra Defense kann ich noch machen, ja. Aber sonst... Pack den mal da hin. Ja, das Maum hier ist stärker als das Solar Flare, aber kann halt nicht durch Wände, das ist das Problem. Ne? Oh, Schmetterling, das ist jetzt gemein. Schmetterling. Ne, das war's Falsche. Wo ich auf dem Weg bin, mich mit dem Boss zu kloppen, kommt jetzt ein Schmetterling, das ich zum Angeln fangen kann. Blöde, das wie? Na gut, eingefangen. Aber warum ist jetzt der Angler eigentlich abgehauen? Finde ich ein bisschen doof, dass der sich einfach verkrömelt hat. Schmetterling. Haha. Da geht's wieder los. Hallo? Ich kann eure Projektile auch teilweise durch die Wand gar nicht sehen. Ah! Ich sehe teilweise eure Projektile gar nicht. Das ist ja echt fies. Uiuiui. Ich hab ein... Ich hab eine... ...ein Banner bekommen. Geh ich halt jetzt direkt auf die... Ah, ich muss trotzdem noch die blaue Leiste noch runterkriegen. Also die Minions muss ich auch trotzdem noch wegmachen. Ich arbeite mich so langsam durch. An dieser Säule. Der Feuerschaden ist nett, aber der bringt irgendwie hier an denen nicht viel. Habe ich das so viel. Cooldown abwarten. Soll ich dann halt wieder auf den Guardian zurückgehen? Die Projektile sehe ich ja trotzdem nicht. Ich kriege... Ich kann da nicht ausweichen irgendwie. Oh! Das war ein Gartenzwerg. Das war ein Gartenzwerg. Das war ein Gartenzwerg. Ich kann da nicht ausweichen. Ich kann da nicht ausweichen. Ich kann da nicht ausweichen. Die Säule muss irgendwo hier drüben sein, ja. Ah, ich hänge am Boden. Ah, so. Du hast ein Schutzschild so lange noch oben. Das gibt's ja natürlich nicht. Äh? Wo ist mein Drache? Ich hab den gerade gesucht. Wo ist mein Mauscursor? Den seh ich auch wieder nicht. Ah, hier. Okay. Nein, ich steck im Loch. Nicht gut. Ah, das Ding verfolgt mich. Ich kann's nicht abschießen, wo der Wind ist. Nein, nein, nein. Lass mich doch ein bisschen leben, bis ich wieder meinen Drack nehmen kann. Nein! Der war noch im Cooldown. Mein Grabstein putzelt da runter. Oh Gott. Aber dein Schutzschild ist down. Ich hab dich gleich. Blödes Ding. Ich hab dich gleich down. Könnte ich die da unten eigentlich einsammeln? Ah, mach ich mal. Ich hab ihn fast. Wieso lagen da Fackeln? Das macht ja gerade irgendwie keinen Sinn. Ich verliere eine Menge Defense, wenn ich darauf wieder umrüsste. Aber der Guardian... Ich hatte halt zwei, die mich beschützen. Ja, ich mach den wieder an. Ich mach den wieder an. Dann halt noch meinen Island Skin. Und dann müsste die doch auch gleich futsch sein. Wenn ich die ja nochmal spawnen kann, dann mach ich sie halt jetzt doch alle weg. Oh, Wolfi. Au. Das war nicht nett von dir. Wenn ich genug Material hätte, dann würde ich den Dragon und die Bubbles rufen. Aber da müsste ich umtauschen. Das kann ich gerade nicht. Da kommt noch ein Zombie von da oben. So. Der Drang hält enger, als ich ihn, äh... Naja. Wahrscheinlich brauche. Nein. Schieß mich nicht mit diesen scheiß Lasern ab. Oh, dieses Ding, das mich verfolgt, ist fies. Oh, hier ist eine Mengezeug. Nein. Du stirbst, nicht ich. Nein. Andersrum. Gott. Oh, hab ich aber scheinbar trotzdem noch getroffen. Ja, meine Miau Mia haben noch den Rest gemacht. Yes. Ja, habe noch den Rest gemacht. Star Destroyer. Habe ich jetzt irgendein Achievement bekommen und den Rest habe ich nicht mitbekommen. Ah, den Rest habe ich gerade nicht gelesen. Jetzt ist es so still. Musik? Jetzt ist es so leise. Jo, Zack. Bist du kaputt? Nein, er ist schon da. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte dich ja später. Ich wollte dich doch jetzt doch gar nicht machen. Ich wollte doch noch nur die Dinger da hinten einsammeln, du Drecksack. So schnell. Jetzt sind die wahrscheinlich... Ja, jetzt sind die wahrscheinlich weg. Weil Items ja nicht gespeichert werden. Ich wollte doch noch gar nicht mit dir kämpfen. Drängel dich doch nicht so vor. Das war... Ach, die Musik hat es mir aber eigentlich verraten, ne? Die Musik wollte mir das eigentlich mitteilen. Naja. Dankeschön. Ich wollte eigentlich erst meine ganzen Grabsteine und die Fragmente einsammeln. Ja. 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 Meine Güte. Das... Wie vielte Brave Banner ist das? Ja, gut, das ist das. Okay. Da ist noch ein Grabstein. Ich finde die jetzt, glaube ich, gerade nicht alle auf Anhieb. Da ist ein Grabstein. Da ist noch einer. Das war's, ne? Ne, bis dahin ging das ja nicht. Ja, die Fragmente sind jetzt futsch. Weil der Herr jetzt gerade natürlich so... Das habe ich schon befürchtet, aber... Jut. Dann ist es halt. Basiert. Zumindest finde ich trotzdem noch ein bisschen Money. Ja, das Geld, das ich getroppt habe durchs ganze Sterben ist natürlich auch weg. Aber egal. Ich weiß eh nicht, was ich mit so viel Geld machen soll in Terraria. Also... Das hätte ich schon gern noch. Ja. Miste ungeduld. Musste sich unbedingt dazwischen funken. Den räume ich jetzt nur mal auf. Was habe ich denn alles? Ja, Nebelfragmente habe ich jetzt natürlich nicht. Aber gut. Und... Potion packe ich wieder weg. Ich habe noch mein Demon-Eye, Werner. Warte mal. Die sind neu. Dabei der Solarpillar habe ich ordentlich abgestoppt mit Bannern. Ah ja, du warst noch neu. Pflanze die Tante. Bup. Den Schmetterling habe ich da noch. Ist die Frage, packe ich den jetzt noch hier mit in die... Hm. Nee, für Schmetterlinge im Glas hebe ich tatsächlich mal noch einen auf, muss ich sagen. Ein Exemplar von jedem. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele verschiedene Schmetterlinge das waren. Es gab den weißen. Den gelben. Den Yellow. Den Swallowtail. Und noch einen blauen, glaube ich. Ist eine Weile her. Wo ich die gesehen habe. Du kaufst mir mal... ...den Gramm ab, den ich nicht 300 Mal brauche. Dankeschön. Das kommt auch erst mal wieder hier rein. Da fliegen schon wieder Eulen rum. Über Glühwürmchen würde ich mich noch freien. Zum Angeln. Aber jetzt ist der Anglertypi halt fort. Irgendeine Bedienung ist weg. Deswegen ist der abgehauen. Das ist ziemlich blöd. Eine Sonnenfinsternis haben wir jetzt. Ja, wunderbar. Guten Abend, Leo. Jetzt haben wir eine Sonnenfinsternis. Yay. Jetzt drehen hier die Monster hier alle wieder durch. Jetzt gibt es wieder Frankenstein und... Wo ist der Clown auf seinem lustigen Ball? Der ist bestimmt auch irgendwo da unterwegs. Ja, dringend nicht vergessen. Danke. Habe ich vor lauter Aufregung tatsächlich. Wo liegt da ein Steak? Alles klar. Wenn der Sonnenfinsternis gehe ich jetzt nicht raus. Oh, wir lassen gut Coins da. Das ist eine Goldmünze. Ja, ja. Ich lasse mal die beiden Minions da arbeiten. Kommt kein Sumpfding. Äh, nicht Sumpfding. Äh, Clown-Ding. Das ist ja das Sumpfding hier. Die Dinge aus dem Sumpf. Wo ist der nette Clown von dem Mann? Ich meine, der kam doch auch immer, weil der Sonnenfinsternis. Den haben wir hier. Den Butcher. Herman Frankenstein. Die Besessene. Kein Clown? Oh, na gut. Dr. Manfly. Nee. Den Film könnte ich auch mal wieder gucken, die Fliege. Au, ja, ja, ja. Ich habe total vergessen, dass du ja auch bei der Sonnenfinstern kommst. Oh, zwei Minions haben da ordentlich Rabatz gemacht. Ja, lass Moni da. Lass eine Menge Moni da. Kommt in die Schatzkammer. Wer weiß anderes, brauche ich es nicht mehr. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020